einen schönen guten morgen wünsche ich dir wäre es nicht schön wenn heute dein ganzer tag völlig harmonisch und reibungslos ablaufen würde wäre doch eine gute sache schätze ich mal dann bitte ich dich dir jetzt einfach mal zwei minuten nur für dich zu nehmen die augen zu schließen und einfach in den heiligen raum zu gehen in deinen persönlichen anteil des quantenraumes nimm das kurz war diese weite die stille den frieden es geht ja ganz schnell wenn das ein paar mal gemacht hast dann schaust du so nach vorne in die leere und erinnerst dich an das bild was ich hier als grafik genommen habe siehst du so vor dir deinen heutigen tag irgendwann bist du aufgestanden dann ist das hier und jetzt und dann siehst du weiter nach rechts im heute abend und da siehst du dass diese bewusstseinseinheit von heute abend richtig super spitzenmäßig groß ist weil ein tag eben in diesem zwischenraum von jetzt bis heute abend auf wundersame weise völlig glatt gelaufen ist wie würde sich das anfühlen wenn du heute abend so zurück guckst und verblüffend feststellst heute lief alles ganz harmonisch es fühlt sich sicherlich sehr sehr gut an nun du kannst jetzt für ein paar abend züge dieses gefühl diese rückschau heute abend jetzt in diesem moment schon fühlen hat man einfach diese abend bewusstseinseinheit tief in dein herz beim hausatmen lässt sich ausströmen und auf einmal bist du in dem gefühl von heute abend schau so zurück auf den tag ganz verblüfft alles war ganz einfach alles ist ganz glatt gelaufen und alles fühlt sich einfach super an bleib einfach in dieser bewusstseinheit von heute abend und fühl dich ganz wohl du kannst es auch noch verstärken schöner machen dass sich das noch besser anfühlt für dich und bis jetzt in dieser bewusstseinseinheit von heute abend schau so zurück auf heute morgen sagst man ist ja alles glatt gelaufen wie hätte das gedacht und ganz ganz einfach und reibungslos vielleicht sind auch noch ein paar geschenke in dieser rückschau in dein leben gekommen wo du gar nicht mit gerechnet hast dass einfach irgendwas geschehen ist und du bist jetzt einfach in dieser bewusstseinseinheit von heute abend und fühlst dich ganz wohl und wenn du möchtest dann kannst du heute den ganzen tag aus dieser bewusstseinseinheit der erfüllung aus der schwingung der vollendung heraus da sein so in deinem alltag wenn du es vergisst macht auch nichts ab und zu kannst du dich daran erinnern und heute abend kannst du dich ja mal hinsetzen und dann wieder in den heiligen raum gehen und auf den tag zurückschauen ob sich das nicht auf einmal auf wundersame weise viel besser entfaltet hat entwickelt hat und vor allem viel viel besser für dich anfühlt genieß einfach noch für ein paar abenzüge dieses schöne gefühl von heute abend wenn sich schon alles reibungslos und einfach für dich vollendet hat und wenn du es lange genossen hast lange genug für dich in deiner zeit mit deiner geschwindigkeit bleibst du in diesem gefühl öffnest wieder die augen und bist ganz da und weißt jetzt was du dir für ein gefühl für heute abend wünscht was deine absicht ist wie du den tag leben willst aus diesem gefühl heraus ich wünsche dir von ganzem herzen auch für diesen tag wundervolle wundervolle lebensgefühle und von herzen alles gute und von herzen